Was lernt die SPD aus diesem Wahlergebnis? Wir lernen damit, dass wir mit einer guten Politik eben auch wieder erfolgreich sein können. Wir sind unserem Spitzenwahlkämpfer Martin Schulz natürlich für seinen unermüdlichen Einsatz sehr dankbar. Aber es zeigt auch, dass wir mit der Berliner Politik viel Rückenwind organisieren konnten für ihn und dass sich unser eigener Einsatz gelohnt hat. Wir haben den Wahlkampf schon angesprochen. Was bedeutet das für zukünftige Wahlkämpfe, so wie dieser hier abgelaufen ist? Ich glaube, dass die Kombination von einem überzeugenden Kandidaten und der richtigen Politik eine ist, die wir natürlich konsequent weiterentwickeln werden. Das ist eine Europawahl gewesen. Insofern muss man gucken, welche Zahlen man da miteinander vergleicht. Eindeutig über 6% zugelegt im Vergleich zur letzten Europawahl. Wenn man das mal sich genauer anguckt und die Forschungsgruppe Wahlen sagt, dass mehr als 54% sagen, die Bundespolitik sei entscheidend gewesen für ihre Stimmenabgabe, dann ist es doch vergleichsweise dürftig wiederum das Ergebnis. Oder sehen Sie das anders? Nein, das sehe ich natürlich ganz anders. Ein Sprung von fast 7%. Das ist der größte Sprung, den wir je bei einer bundesweiten Wahl hatten. Und darauf kann man zunächst einmal verdammt stolz sein. Außerdem müssen wir berücksichtigen, dass wir in einem nicht ganz unproblematischen Klima die Europawahl abhalten mussten. Im Vergleich zu den anderen Ländern haben wir hier in Deutschland doch die Rechtspopulisten sehr im Schach halten können und die demokratischen Parteien, insbesondere eben die SPD, stärken können. Die 6% waren es, wenn man die beiden Europawahlergebnisse vergleicht. Wenn man sich das letzte Bundestagswahlergebnis anguckt, das waren wir bei 25 Komma, dann haben Sie mal gerade 2% mehr. Das sind gut 2% mehr. Auch das ist ja schon ein deutlicher Sprung innerhalb eines halben Jahres. Wenn wir das so weiterentwickeln mit Blick auf 2017, bin ich sehr zuversichtlich. Das heißt, von diesem Ergebnis geht auch ganz viel Botschaft nach innen aus, in die Partei? Ja, das ist eine große Stärkung für uns als SPD. Wir haben ja schon mit dem Mitgliedervotum im vergangenen Jahr sehr viel Aufwind, sehr viel positive Energie in der SPD erlebt. Und das ist jetzt ein weiterer wichtiger Step für uns, um Mut und Zuversicht für die Zukunft zu schöpfen. Jetzt droht möglicherweise Ungemach innerhalb dieser großen Koalition, denn es geht um die Besetzung des Kommissionspräsidenten. Wir hatten zwei Spitzenkandidaten. Jeder beansprucht mehr oder weniger intensiv, dass er dieses Amt jetzt auch bekommt. Jean-Claude Juncker sagt, wir sind hier die stärkste Partei geworden. Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Martin Schulz guckt, ob er eine Fraktion zusammenbekommt und auf diese Weise eine Mehrheit zustande. Was bedeutet das für diese große Koalition, die hier in Berlin, dass man da jetzt doch auch ringt und dass einer von den beiden schließlich der Verlierer doch sein wird in diesem Wettbewerb? Zunächst einmal haben wir eine Europawahl gehabt und keine Bundestagswahl. Und es ist ein europäisches Parlament zusammengekommen. Und es muss jetzt das passieren, was nach einer demokratischen Wahl immer passieren muss, nämlich dass man in diesem Parlament nach einer Mehrheit sucht. Das sortiert sich in Brüssel leider etwas komplizierter, als wir das so in Deutschland gewohnt sind. Es ist ja zum Teil auch noch ungewiss, wie sich die Fraktionen im Einzelnen zusammensetzen. Beispielsweise auf Forza Italia überhaupt in der EVP bleibt und damit die EVP stärkste Fraktion bleibt. Das ist ja alles noch etwas ungewiss. Und jetzt muss es eben deswegen in den nächsten Tagen darum gehen, über Sondierungsgespräche die Frage einer möglichen Mehrheit zu klären. Und dann wird man das als gute Demokraten miteinander auch so auf den Weg geben und jeweils respektieren, wer diese Mehrheit bekommt. Gute Demokraten, dieses Stichwort nehme ich mal kurz auf. Es sind viele Rechtspopulisten, aber auch Rechtspopulisten jetzt in dieses Parlament gekommen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Ja, das ist eine sehr, eine Entwicklung, die uns natürlich mit viel Sorge bewegt. Es wird sicherlich in den nächsten Jahren so sein, dass diese Rechtspopulisten und zum Teil muss man ja auch sagen, Faschisten sehr viel Störfeuer entwickeln werden. Das wird es nicht leichter machen. Ich versuche es aber trotzdem insofern positiv zu sehen, als dass ich hoffe, dass die demokratischen Fraktionen damit umso dichter zusammenrücken und sich darauf konzentrieren, sich nicht gegenseitig zu behacken, sondern gute Politik für die Bürgerinnen und Bürger nach vorne zu entwickeln. Ganz kurz zum Schluss, wie wird die SPD mit der AfD umgehen, die ja jetzt ein sehr gutes Ergebnis aus dem Stand erzielt hat und dadurch auch eine gewisse Präsenz erreichen wird? Wir werden deutlich machen, dass die Politik der AfD keine Politik ist, weil sie keine Lösungen anbietet, sondern nur populistische Parolen schürt. Und ich hoffe doch, dass die AfD nur ein vorübergehendes Phänomen bleibt. Und ich hoffe, dass die AfD nicht so gut ist,